so meine damen herren herzlich willkommen zurück zu seven days to die heute ist der tag der tag heute ist hortentag jetzt haben wir noch ein paar vorbereitungen noch treffen was der horde angeht sonst überrennen sie uns sofort das ist auch blöd ja jetzt muss ich aber erst mal gucken dass ich das messengel verteilt ich war schon ein bisschen flutur wie man hier gut sehen kann wasser schon besorgt das kommt jetzt wo habe ich jetzt noch ein ding es kommt hier so dass ich ganz gern verkaufen das überrede ich mal kurz die jucca brüchte nehme ich tue ich mal hier in die namensmittelkiste rein weil ich mit garnet sowie der kaffee paul schützt kardement auch nicht du jetzt auch mal da rein das eisen ist natürlich mal hier rein die ganzen konserven wo ich gefunden habe oder gekauft habe tue ich auch wenn sie mal wollen da rein also mit vorbereitung meine ich wir bauen die horten base noch ein bisschen besser ich habe auch zwei neue waffen gefunden die tue ich auch verkaufen wenn der händler mal wieder auf hat beton habe ich noch produziert in der zwischenzeit auch nicht viel geht auch schon raus hier das kommt auch noch dahin so natürlich wasser kochen beziehungsweise mache jetzt erst mal auch oder teetraus oder teetraus oder teetraus besser jetzt habe ich jetzt habe es jetzt habe es lager feil kaputt macht sich trotteln und alles ist weg fuck you na komm jetzt brauche ich kleine steine jetzt bin ich auf die falsche tasse gekommen ist so ein scheiß hier ist egal aus vieler lernt man ist halt dumm dass das man kein dass man das ganze jetzt verloren hat außer ist es wieder drin es ist noch drin was ich zwar nicht klappt aber wir schauen mal alles weg zum glück habe ich einen topf noch hier im messbecher wird wahrscheinlich auch noch da haben ich brauche jetzt erst mal ein bisschen wissen das jetzt weil ich brauche nichts mehr dazu zu verfeuern keine kohle ich habe zum glück ja noch hier im messbecher noch gesammelt unterwegs messbecher sitze ich drücke die falsche taste brauchte irgendwas zum verbrennen brennmaterial haben wir haben jetzt irgendwann noch holz habe ich da immer noch holz mein inventar ja genügend holz ist lang mal holz wie ich was anderes gefunden habe das wird erst mal gekochtes wasser gemacht so es ist eine arbeit dann kann ich noch oder t kann ich immer herstellen weil ich alles ist egal daher gehe ich mich jetzt rum das ist passiert dann ist es halt passiert dabei schließe ich hier in dem let's play auch spaß haben und ich habe ich zweimal die einer will ich auch verkaufen die medikamenten tue ich jetzt noch weg aber da habe ich aber auch schon drei wir nehmen noch ja vitamine ach in mit der video kommen schon her so so fahrzeugteile keine aktien war etwas sinnvolles alles könnte auch dazu hier alles zu aufzureiben wo es hingehört doch der oberwerber ich habe ja schon gar frage ich meine ganze elektromotoren hin so es tut aber dahin so beziehen muss noch weg das muss hierhin da habe ich schon welche gemacht ist es gut batterie muss noch weg damit sind wir noch platz für blei ja klar hier stelle tue ich mal weg verkaufen der ist unverkäuflich geht auch schon so aber habe ja kohle gehabt tue ich auch mal rein tue ich auch mal rein so ich glaube die kartoffel kommt noch weg das kommt noch weg die kartoffel kommt noch weg die ich habe ja noch ein bisschen die brauche ich jetzt die muss die kommt ja wieder rein so die aloe vera brauche jetzt nicht und auch mal da rein die modsteile kommen ist egal mit schießpulver kommt bei munition rein so die politik als nächstes habe ich da irgendwo noch reisen ein eisen okay ich wollte davon aber bitte noch mehr da ist nichts drin da ist auch nichts drin auch extrem okay ist nicht schlimm da ist auch noch ein eisen dann sage ich mal zwei eisen so raus der händler hat mich auch gleich auf also der tag entsteht aus durch zwei folgen die vorbereitung auf die horten nacht wiederum dann auf die die horten nacht allgemein ich glaube die am bus dass ich auch da oder die verkauft am besten wieder so ich kriege gerade noch ein bisschen hier hier sonst mache ich noch meine treppe kaputt wenn wir keine mehr haben wir können wir können ja noch eisen machen ich denke mal es wird das wenigste problem seines eisen ja wird die auch schon meine dinger kaputt gemacht hier ich habe wieso nur noch fünf besser geht es immer so als nächster schritt habe ich geplant ich baue da ein weg von dem gebäude zu dem gebäude von dem gebäude zu meiner horten welt ist nämlich dann leichter für mich jetzt muss ich hier und her laufen so jetzt tue ich aber erst mal hier noch bisher das hier aufsammeln die blüten nachdem ich sie gerade verloren habe ein lad auch schon auf perfekt ich laufe gerade mal kurz schnell zum händler der ist nicht weit da können wir ihn laufen der bräude unbedingt mit dem bike zu fahren habe ich Geld mitgenommen natürlich nicht aber der hat wahrscheinlich nichts gescheitert was wir gebrauchen könnten ich weiß mal warum das jetzt einfach mal so krugel keine ahnung weil ich weiß ich das spiel noch aufbauen muss ich habe echt keine ahnung aber es ist sein könnte dass es auf einmal so arg ruckelt also schon bei mir läuft es flüssig könnte am ops liegen keine ahnung was es liegt aber wir haben ja 8000 gut ok über die zwei mit hier ja du mich ja auch so ich brauche die kannst du haben die kannst du haben kannst du mal das denn das haben die abos kannst du von alles auch haben die kannst du auch haben kannst du mir auch haben geht die zwei will ja nicht so was brauche ich brauche ich brauche ja wir nehmen ein bisschen beton mit der beste ganze beton bleib brauchen wir auf jeden fall zu viel gefarmt Pflastersteine haben wir genug Schießpult haben wir genug das haben wir ja das Mini das Motorrad das Mini Motorrad so was hat der hier nix Federnpflastersteine Motor buchstern wir auch mit so gut Save Travels jetzt habe ich auch noch eine Aufgabe 2 wo in der Nähe ist wir haben die Aufgabe 2 wo in der Nähe ist die Vorräte weg dann machen wir sie doch glatt schnell die ist hier in der nähe da ist noch ein bisschen kohle nehmen natürlich auch noch mit logisch geht nicht okay dann wird ewig keine kohle mitgenommen so das spiel sagt es wird keine kohle mitgenommen wird auch keine mitgenommen so nach klar die sie haben wir noch ein bisschen holz mit welchen da sind ich habe ziemlich neu für die ketten säge nicht schlau berger ich glaube jetzt noch reichen aber ich darf für den bau reicht sie nimmer oder deshalb müssen wir hoffen dass wir irgendwann auto finden und nicht irgend so eine hand was darf wieder vorne heute haben wir gleich getroffen also das spiel befindet sich noch in der alpha version die der 11 alpha 14 19 4 b7 ja bin ziehen aber jetzt auch wieder gekriegt bisschen was eisen perfekt ich muss mein dings unbedingt mal auf machen mein steam ist ja nervig wenn die ganze zeit die nach und da die nachricht aufklebt nicht die nachung sondern die nachricht dachttape ist auch gut eisen ich brauche viel eisen wir müssen demnächst viel munition herstellen und viele stadt eisen machen machen ich will mein haus nämlich auch betonieren und daraus stahl machen so wir nehmen natürlich auch wieder die blumen hier mit für tee ich glaube die müssen sich mal bei mir einpflanzen also so blumen bitte mal mache extra wege extra für die klopfen höflich an die tür genug an die tür geklopft es kann reingehen wo es ist fies dann gehen wir mal hier durch durch die wand krimine ich auch noch ein bisschen holz ein bisschen metall früge vorräte zurück die sind wahrscheinlich da oben irgendwo es war eben wie wieder irgendeine radau das hat die fläche darauf getreten hh gleich noch besser was ist hier drin reisen reisen ist auch nicht schlecht guck guck keiner hier sie da deine freunders mitgebracht ist aber gut kann ich sie alle auf einmal hier ich weiß nicht übertrieben dann haben wir die noch mal auf mit benzin dann läuft sie nämlich wieder ja okay ist weiter geiler scheiß drin ja kann man alles kann man alles wieder verkaufen bringt alles kohle naja k4 wer aber k5 kann man auch verkaufen gehen drei eier zwang drin klasse und was ist hier drin gar nichts also hier waren sie schon mal nicht die gegenstände das ist gut ich höre gleich mal benutzen aber ich kann nicht ich brauche ich muss den cement hier mitnehmen ist alles sauber woher woher die schlafen doch ich kann ein anderes damit haben wir aufweiser für unser nächstes projekt deshalb kann ich jetzt widerstehen alles mitzunehmen hier sorry für die das nerven dass ich alles mitnehmen ich nehme sonst auch immer wenn ich allein spiele die ganzen türen mit weil da viel messing rauskommt also messen knöpfe jetzt will ich jetzt auch euch auch dann tun jetzt aufhört zu schlagen genau stehen aufstand halten immer schön abstand halten so genau immer schön abstand halten korona regel beachten so als wie schon gesagt da gibt es zwei folge an einem tag weil wir halt jetzt in der hortnacht sind und wir suchen nämlich noch nach dem bauplan nach dem automatischen geschützt wo ich kein hätte und deshalb sind wir eigentlich hier auch das habe ich eigentlich auch eine mission angenommen da können wir gleichzeitig geld verdienen erfahrungspunkte sammeln und uns hochleveln und da ist ein biker hinter mir nochmal biker und ja bis material dabei noch sammeln und kohle das kann man jetzt auf einmal machen hier genau ich wollte die dinge reparieren habe ich überhaupt noch über kultur gibt es nein habe ich keine dabei gut dann werden sie so verkauft so das ist uncool das ist uncool das ist so cool das war jetzt dumm von mir dass ich gerade reingestimmt bin ohne zu gucken sonst bin ich nicht mehr wovor es nicht reingeht aber diesmal bin ich reingestürmt wir können auch aus den dosen auch was geiles zu essen machen hier nicht also wieder neues rezept gelernt aber es kann man kämpfen wir schon hier muss irgendwo aber ich habe es glaube ich gefunden das ist hier drin aber das ist dahinter ok und schon haben wir es gefunden die vorräte war nur eine kiste mal dieser schon zweit gekrabbelt mache ich ihn wieder wieder spitzhaken machen tun müsste es vorstellen was gibt es da für ein geiler scheiß weil er abgesperrt ist gar nichts aber da waren wir noch gar nicht aber ich muss mal nachladen junge so jetzt lieber zweimal treffen als einmal treffen was ist hier drin buch äh lebensmittel ich brauche ich den bauplan hallo den bauplan und keine blöde jacke die jacke bringt mir nichts heute bauplan für die nächste hortnacht oh 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 jetzt habe ich schon den hier oder nach den hier hallo keiner da gut was ich glaube das bett bringt auch eisen ja 12 eisen ist besser als überhaupt kein eisen so jetzt haben wir die dings kann wieder zurück das ist auch was versteckt bauplan nein scheiß also ich habe gesagt ich suche immer noch der geile bauplan für das automatische geschütz Ich kann es euch gerne später mal zeigen, was das für ein Geschütz ist. Das ist immer das beste Geschütz. So, jetzt haben wir schon so viel Zeit verblabbert. Oh, tot. Jetzt habe ich gerade noch eine Quest gemacht. Habe Material verloren. Oh. Oh. Harten Baseball auch noch ein bisschen weiter. Offscreen dann. Oh, da liegt noch ein bisschen Nitrat. Ne, nehme ich nicht mit. Wenn es bei euch wieder ruckelt, tut man gleich, ich probiere es da irgendwie zu rendern. Also, wenn ihr das quasi jetzt seht, ist es wahrscheinlich gerettet. Vergiss ab. Kohle kann ich, kann ich gebrauchen für die Schmiede. Äh, die Mieten tun wir gleich auch noch verteilen. Ähm, Kaffee hier. Passiert mal zerlegen. So weit kommt es noch, dass ich meinen eigenen Kaffee zerlege. Obwohl, heute ist es auch nichts mehr normales. Ich habe mein Lager vorher kaputt gemacht. Aber ich habe alles verloren. Alle meine Getränke, alles Essen verloren. Meine ganzen Nahrungsmittel. Deshalb müssen sie jetzt auch die Blumen dran glauben. Händlerin, ich komme wieder. Ich dachte, du hast einen geiler Scheiß dabei. Wenn nicht, bist du fällig. Auf jeden Fall müssen wir nochmal eine Loot-Tour machen, um nach dem Buch zu schauen. Vielleicht fahren wir auch dann in die nächstgrößere Stadt. Also nicht hier zu uns, sondern ähm, ähm, zu der nächstgrößeren Stadt. Zu der hier. Zu der und der hier. Vielleicht gibt es da irgendwas. Da waren wir ja schon mal. Hat er mich so lange genommen. Ich war zumindest mal da. Also das ging ja nicht so. Guten Tag, da bin ich schon wieder. Oh, da gibt es nicht. Ich weiß, was ich nicht. Ne, die nehmen. Finde ich verkaufe jetzt gerade weiter. Darf ich da ein Inventar sehen. Das brauchen wir auch nicht zu verkaufen. 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 Das zerlegen wir dann. So. Warte, ich hab da noch die... Ich hab da noch was für dich. Die, die, die brauche ich mich auch nicht. Die kannst du komplett haben. Okay, hat kein Interesse dran. Die kannst du auch von mir aus haben. die kannst du haben das kannst du haben auch am level ab wieder die kannst du haben die kannst du haben so das brauche ich selbst brauche selbst brauche selbst brauche selbst die willst du ja nicht erst ein paar körper stiefel ja wo ich immer brauche ja das kann ich ja noch andrehen die elektrische teil noch die gibt es überall so ich glaube das war hast du noch wasser oder so kein wasser das ist ich warte aber nichts wenn man kein wasser habe so jetzt kommen was denn noch für eine quest hat wo ich dann noch auf screen machen kann obwohl es jetzt gut an so deshalb mit diesem bild möchte ich mich ganz herzlich verabschieden schön dass er bei gewissen zeit schau euch jetzt auf die 86 man sieht sich dann in der hochten nacht wieder ciao